Die Fahrt mit dem Bus vom Bahnhof Berchtesgaden zum Rossfeld. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das Skigebiet bei Berchtesgaden, Rossfeld Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hier wechseln die Tourengeher nach circa anderthalb Stunden Wanderung ihrer Oberwäsche, damit sie nicht auskühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Der Hof Berchtesgaden Untertitelung des ZDF für funk, 2017